Hallo und herzlich willkommen bei Edis Tech Lab. Im heutigen Video möchte ich euch einen digitalen Potentiometer vorstellen. Und zwar ist das so ein kleiner IC, den wir über SBI ansteuern können. Sein Name ist MCB4131. Wir machen ein praktisches Beispiel und danach bin ich sicher, jeder kann das. Der MCB4131 ist ein digitaler Potentiometer, der mittels der SBI Schnittstelle angesteuert wird. Wenn ihr mehr über SBI erfahren wollt und wie SBI funktioniert, ich verlinke euch unten in der Videobeschreibung ein Video dazu. Es gibt Ausführungen als Einzel, also der MCB41 und der Dual MCB42. Aber wir beschäftigen uns hier in diesem Video mit dem Single Body. Es gibt den Potentiometer mit 7 Bit Auflösung, was 128 Widerstände oder 129 Schritte entspricht und eine 8 Bit Auflösung mit 256 Widerständen und 257 Schritten. Diesen Digital Potentiometer gibt es mit Optionen mit 5 Kilo Ohm, 10 Kilo Ohm, 50 Kilo Ohm und sogar bis zu 100 Kilo Ohm. Es gibt zwei Ausführungen mit einer Spannungsversorgung von 1,8 Volt oder 2,7 Volt, aber das Maximale ist bei beiden Ausführungen 5,5 Volt. Der Potentiometer darf aber maximal mit 25 Milliampere belastet werden und dafür kann eine Spannung von bis zu 12,5 Volt verwendet werden. Sehen wir uns als nächstes das Spinout an. Der MCB4131 hat 8 Füße. Um die richtige Richtung zu erkennen, hat der IC vorne hier eine Kerbe oder auch teilweise so einen runden Kreis eingebrannt. Links oben sehen wir den CS-Bin. CS steht für Chip Select. Wird dieser Bin auf Flow gezogen, dann wird über das SPI-Interface der Chip angesprochen bzw. aktiviert. Der Serial Clock Bin ist mit SCK beschriftet und für das Empfangen der Daten wird der SDI bzw. SDO Bin verwendet. Der IC wird bei VSS mit Ground verbunden und an VDD legen wir die Spannungsversorgung an. Auf dem Pin P0B wird Ground gelegt und auf dem Pin P0A die Spannung. An P0W Bin, das ist der Viper, kann jetzt die eingestellte Spannung abgenommen werden, die wir über SBI eingestellt haben. Sehen wir uns jetzt an, wie ein digitaler Potentiometer funktioniert. Das digitale Potentiometer hat eine Reihe von Widerständen hintereinander in Serie geschalten. Diese Schaltung nennt man Resistor-Array und es können 128 bzw. 256 Widerstände für diese Schaltung verwendet werden. Wie am analogen Potentiometer haben wir auch hier drei Anschlüsse. Oben schließen wir Ground an und unten die Spannung mit 3,3 Volt. In der Mitte können wir dann die Spannung abgreifen, die wir am digitalen Potentiometer eingestellt haben. Mit dem Befehl SPI-Transfer können wir den Wert bei Value eintragen, auf den wir den Potentiometer setzen wollen. Wenn wir als Beispiel den Wert auf 128 setzen, dann wandert der Viper ganz nach unten und wir können 3,3 Volt messen. Wenn wir jetzt den Transferwert auf 0 setzen, dann wandert der Viper ganz nach oben und wir können keine Spannung mehr abnehmen. Wer tiefer in die Elektronik und Heimautomation einsteigen möchte, den kann ich hier dieses E-Book empfehlen. Es beinhaltet mittlerweile über 550 Seiten und auch das heutige Video findet ihr in geschriebener Form im Buch wieder. Dieses Buch wird ständig weiter aktualisiert und ihr könnt euch alle zukünftigen Updates kostenlos herunterladen. Mit dem Kauf unterstützt ihr Edis Tech Lab und ich möchte mich jetzt schon recht herzlich bei euch dafür bedanken. Machen wir jetzt ein praktisches Beispiel mit dem MCB4131 und dazu benötigen wir hier einen Arduino Nano oder wie hier der Nano DSB32. Aber keine Angst, der alte Nano hat auch dasselbe Pinout. Selbstverständlich könnt ihr auch andere Mikrocontroller verwenden, aber stellt sicher, dass ihr für den SPI-Anschluss das Glock-Signal und das Datensignal richtig anschließt. Für den CS-PIN könnt ihr einen beliebigen digitalen Ausgang an eurem Board verwenden. Der digitale Potentiometer wird mit 5 Volt Spannung versorgt, hier wir nehmen den von VIN und den Ground und die 3,3 Volt schließen wir an P0A an. Den Schleifer vom Potentiometer, den führen wir auf einen analogen Eingang. Somit können wir direkt in der Software sehen, welche Spannung wir auf diesem Pin haben. Musik 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Zuerst binden wir die Schnittstelle SPI ein und definieren danach die benötigten Variablen. Hier der ChipSelectPin und der AnalogePin, in dem wir die Daten wieder einlesen. Unser Potentiometer hat 128 Widerstände verbaut und das geben wir hier in die Variable MaxBottySteps ein. Hier geben wir die Adresse ein vom Register, das wir beschreiben wollen. Hier setzen wir die Bautrate für den Serial Monitor und danach definieren wir den CSPin als Output und den analogen InputPin als Input, gefolgt vom SPI starten. In der Loop-Funktion setzen wir den Boti über die selbstgeschriebene Funktion SetPortValue auf 5. Wie die Funktion funktioniert zeige ich euch gleich im Anschluss, aber jetzt weiter mit der Loop-Funktion. Nachdem wir den Potentiometerwert geschrieben haben, können wir ihn mit der Funktion ReadPortValue auslesen. Danach warten wir eine Sekunde und setzen den Boti auf den Wert 80. Danach lesen wir wieder den Wert aus und warten nochmal eine Sekunde, bevor wir den Boti auf den maximalen Schritt erhöhen und danach auf 50. Starten wir mit der ersten selbstgeschriebenen Funktion SetPortValue. Beim Aufrufen dieser Funktion übergeben wir eine Variable, die wir hier als Integer-Wert als Value speichern. Anschließend setzen wir den Chip-Select-Pin auf Low, um ihn zu aktivieren und damit das ordentlich ausgeführt werden kann, geben wir ein kleines Delay von 20 Millisekunden. Danach schreiben wir mit dem Befehl SPI Transfer in die Adresse den Wert vom Value. Laut Datenblatt wird empfohlen, danach 100 Millisekunden zu warten und das machen wir hier mit diesem Delay-Befehl, bevor wir den Chip-Select-Pin wieder auf High setzen, um ihn zu deaktivieren. In der Funktion ReadPortValue machen wir nichts anderes, als den analogen Eingang in die Variable SensorValue zu schreiben und ihn danach in den Serial Monitor auszugeben, gefolgt von einer 100 Millisekunden langen Pause. Schließen wir jetzt unsere Schaltung an und laden den Sketch auf unser Board. Im Serial Monitor können wir jetzt die Werte sehen. Gestartet bei 5, dann 80, der Maximalwert, gefolgt von 50. Ich hoffe ihr hattet Spaß an diesem Video und wenn ihr jetzt mehr über SPI erfahren wollt, wie diese Schnittstelle funktioniert, dann kann ich euch hier dieses Video empfehlen. Vielen Dank fürs Zusehen, bis nächste Woche, euer Edi.